Puh, diese Sonne ist ganz schön anstrengend. Vorne sehe ich ein ganz besonderes Filtexemplar. Vorne sehe ich ein ganz besonderes Filtexemplar. Vorne sehe ich ein ganz besonderes Filtexemplar. Das ist ein ganz besonderes Filtexemplar. Das ist ein ganz besonderes Filtexemplar. Oh, shit! Da ist doch gar keiner. Das ist ein ganz besonderes Filtexemplar. Puh, Filzersammeln ist ganz schön anstrengend. Da vorne sehe ich ein ganz besonderes Filtexemplar. Da muss ich ein bisschen leise sein, sonst entschreckend. Da schicken wir das Bild. Ja, hier. Hier sind überall Glasflaschen. Wir haben bestimmt Bier getrunken und haben Pilze gesammelt. Da ist ein Weg. Aber das ist gegenehmigt. Wenn ich ein wenig leise sein muss, dann bin ich ein wenig janebenes Filtexemplar. Und dann bin ich ein wenig zu Hause. Da habe ich ein wenig zu Hause gesehen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, sehr gut geschmeckt. So, und weiter geht's. 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 So, ja. So, ja. So, ja. So, ja.